Hallo Chef! Meine Güte Kaminski, wie siehst du denn aus? Heute ist doch Casual Freitag, Chef. So laufe ich zu Hause rum. Das heißt, dass man keinen Schlips anzieht. Das hier ist eine Baustelle. Hier herrscht Arbeitsschutz. Du kannst doch nicht einfach rumlaufen und Wein saufen. Da kommt ein Flachmann. Aber Chef, das ist exklusiver Wein aus Mondstadt. Den schüttelt man nicht in einen Flachmann. Chef, kann ich auch nur eine Krawatte anziehen? Herrgott, Manni! Was habe ich gerade zu Arbeitsschutz gesagt? Setz einen Helm auf! Okay! Sag mal Kaminski, warum hast du hier überhaupt 8000 Euro Fahrtkosten angegeben? Wie gesagt, ich wohne in Mondstadt. Das liegt ein bisschen außerhalb. Ich fahre jeden Tag 12 Stunden hier hin. Sag mal, da läuft wohl auch den ganzen Tag Musik in deinem Kopf, oder was? Oh ja, das tut es wirklich. In Genschen Impact läuft den ganzen Tag wunderschöne Musik. Und in der riesigen offenen Welt kann ich klettern und rennen und ich muss niemals einer geraden Linie folgen. Ich fahre in einer geraden Linie nach unten. Manni, schnell, du bist gefeuert. Nichts passiert. Ich hatte einen Helm auf. Bist wieder eingestellt. Ab jetzt. Das war kein Arbeitsunfall.